Servus Angelfreunde und willkommen zu einem weiteren Video von Ultimate Fishing 2. Heute geht es um den europäischen Hausen am russischen Gewässer. Der gibt relativ viel Geld und auch gute XP. Als Köder nutze ich den Fishy G mit einer Einholgeschwindigkeit von 24. Am Ende des Videos seht ihr dann wieder meine Position und mein Equip. Dann wünsche ich euch dort viel Erfolg und bitri heil. Bis zum nächsten Mal.